Damit herzlich willkommen zu Seenluft24, der Tag. Nach einem Bombenfund wird die Bundesstraße bei Lauchammer Süd am 22. März gesperrt und zwar konkret von 10 bis 12 Uhr zwischen den Abzweigen Alte Dorfstraße und an der Schwarzen Elster. Die Umleitung erfolgt über die Alte Dorfstraße und die Liebenwerder Straße. Am vergangenen Donnerstag wurde bei Feldarbeiten eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Sie muss kontrolliert gesprengt werden. Evakuierungen seien nicht notwendig, schreibt die Stadt. In Brandenburg ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle von Montag auf Dienstag um 61 angestiegen. Insgesamt sind damit 2.457 Erkrankte statistisch erfasst. Stationär behandelt werden 235 Personen, davon 29 auf Intensivstationen. Laut offiziellen Berechnungen gelten ca. 1.380 Menschen als genesen. Im Landkreis Obersprilweid-Lausitz gab es keine Veränderungen. Am Dienstag 8 Uhr waren es weiterhin 40 offizielle Fälle. Der Senftenberger Tierpark öffnet wieder seine Türen. Besuchen können Sie die Anlage ab dem 22. April mit kleinen Einschränkungen. Ja, vorab, ich bin erstmal froh, dass die Bundesregierung darüber entschieden hat, dass wir den Tierpark öffnen dürfen. Wir haben uns am gestrigen Tag auch mit dem Ordnungsamt Senftenberg abgestimmt. Es ist dann so, für jeden Besucher, der dann ab morgen kommt, wird es so sein, das Bistro ist erstmal geschlossen. Das ist dann einfach so, wenn der Besucher hineintritt in den Tierpark, an den Kassenautomat geht, sind die Abstandsregeln zu achten, auf den 1,50 Meter Mindestabstand, dass dann die Besucher da wirklich darauf Wert legen. Wenn sie in den Tierpark dann hineinkommen, werden die Spielplätze erstmal noch gesperrt sein. Bitte auch da drauf achten, liebe Besucher, dass da nicht irgendwo unter den Bändern runtergeklettert wird und die Spielplätze benutzt werden, weil es einfach die Sicherheit ist hier viel, viel wichtiger. Wir werden im Tierpark dann auch ein Wegeleitsystem haben, dass die Besucher auch während des Besuchs die 1,50 Meter Abstand halten. Und mehr ist erstmal nicht zu beachten. Geöffnet ist derzeit montags bis freitags von 9 bis 17 und an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr. Für die Wilhelm-Külz-Straße in Lauchhammer-Ost hat das Landesbergamt Brandenburg eine Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Sie wurde am Dienstag auch auf der Homepage des Amtes veröffentlicht. Die Verfügung diene der Gefahrenabwehr und enthält verschiedene Nutzungseinschränkungen. Genannt werden beispielsweise Gewichtsbeschränkungen für Fahrzeuge. Weitere Regelungen betreffen unter anderem Erdarbeiten oder den Einsatz von Rütteltechnik. In Großreschen startet die vorerst letzte Baumaßnahme in der Rubensstraße. Sie bekommt eine neue Asphaltdecke, acht PKW-Stellplätze und einen Rad- und Gehweg. Unter anderem werden auch die frühere Kaufhallen, Zufahrt- und Parkflächen zurückgebaut und begrünt. Großreschen investiert mit Fördermitteln der sozialen Stadt über 130.000 Euro. Aktuell können die Anwohner des Mahlerviertels auch Ideen zum Liebermann-Park und zur Liebermannstraße einreichen. Möglich ist das auf der Homepage der Stadt. Großreschen Sozialdemokraten haben ihre traditionelle Mai-Rad-Tour abgesagt. Das teilt der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reug mit. Gleichzeitig freut er sich auf ein Wiedersehen 2021. Der Flugplatz Welsow hat die Tage der Luftfahrt und des historischen Motorsports verschoben. Sie finden nun im Herbst statt. Geplant sind sie am 19. und 20. September. Das war Seenluft 24 der Tag und jetzt kommt noch der Wetterbericht für die kommenden Tage. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtbergen Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Willkommen in einer frühlingshaften Woche mit viel Sonnenschein, aber auch Windböen. Morgen gibt es tagsüber fast keine Wolken. Die Sonne scheint und die Temperaturen klettern bis auf 18 Grad. Auch am Donnerstag gibt es von morgens bis zum Nachmittag ungestörten Sonnenschein bei Temperaturen bis 20 Grad. Am Freitag müssen wir mit einem bedeckten Himmel rechnen, aber die Sonne lässt uns nicht im Stich und zeigt sich zum Nachmittag. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.